. Begrüßen darf ich ganz herzlich unsere beiden Richterinnen, das ist Frau Schlamane und Frau Dr. Rita Wendemann. Genauso begrüße ich natürlich alle Helfer, die heute den ganzen Tag für Sie da sind und Sie auch unterstützen werden. Barbara, die Ansprache und dann fangen wir mit dem Wort. Einmal herzlichen Dank an die Firma Belkando und Barbara Thiel, die uns hier unterstützt haben mit ganz vielen Ausstellungsutensilien, mit vielen Futterproben, die wir gerne an Sie weitergeben. Ich muss nochmal zwei Sätze zu unserem ungeliebten Virus verlieren. Wir haben in Hamburg momentan eine sehr entspannte Lage, deshalb hat sich hier auch auf dem Platz die Lage ein wenig entspannt. Wir haben nur noch drei Bereiche, wo wir unbedingt auf den Mund-Nasen-Schutz achten müssen. Jetzt werden Sie schon alle auf Platte gebannt. Hier werden Sie schon alle auf den Mund-Nasen-Schutz schlagen. Das ist eine Rippe-Nasen-Schutzbeälder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020